Hallo Leute, herzlich willkommen zu Darkstar 1 Ich muss mich hier selber erstmal wieder reinfinden, ich hab irgendwie keine Ahnung mehr Da sind wir gerade und da müssen wir dann irgendwie hin Terminal, hier gab's Aufträge, ne? Genau Training 1 Grundplan, ja dann nehmen wir den doch erstmal an Irgendwie so lief das, ne? Na komm, wir machen erstmal einen Abflug und gucken mal wie das so geht hier Hallo Chiron, ich bin Achim Robert hat mich beauftragt, dich mit der Steuerung der Darkstar 1 vertraut zu machen Fangen wir mit etwas Einfachem an Mit der Maus kannst du das Schiff drehen und dich umschauen Mit den Tasten WASD steuerst du die Schubdüsen Den Basisschub, also die Geschwindigkeit deines Schiffes Kannst du mit dem Mausrad regeln Ja Ich markiere nun eine Trainingsroute Flieg mir einfach nach Dann macht man das, ne? War denn das, irgendwie gab's dann Tasten, dann konnte man da oben auch das Bedienfeld bedienen Hey Flugkontrolle, schlaf hier Super, das läuft ja wie geschmiert Weiter zur nächsten Markierung Tapfer ist nicht Ich lass mal die Steuerung wieder richtig lernen hier Gleich hast du den Parkour geschafft Schon ein paar Tage her hier Das ganze Das war klasse Siehst du mit der Darkstar 1 fliegt es sich fast genauso wie mit den Schiffen die du von früher kennst Auf zur nächsten Übung Nähere dich mit deinem Schiff auf etwa 1,0 Units und folge mir Was ist Kairon? Komm zu meinem Schiff und folge mir! Ja doch Ich bin schon da Ich bin schon da Oh Mannapo Hier kann ich uns aufs Missionssatellit. Weltraumschrott, den wir nun entsorgen. Wichtige Missionsobjekte werden links im Cockpit angezeigt. Wenn du die Leertaste gedrückt hältst, wechselst du automatisch vom Fadenkreuz zum Mauszeiger. Dann kannst du das Missionsobjekt direkt mit der Maus anwählen. Du kannst, um ein Ziel auszuwählen, aber auch die Objektliste mit dem Button im Cockpit... Okay. Fliege nun auf den ausgewählten Satelliten zu und schieße ihn ab. Mit der linken Maustaste kannst du den Puk-Laser abfeuern. Achte dabei auf den Vorhaltepunkt. Er erscheint, sobald du auf Feuerdistanz an das Ziel herangekommen bist. Warte, nass noch. Es gab eine Taste, aber dann war die Mausdoppe und dann bin ich frei bewegt. Das geht doch nicht nur mit T, oder? Etwa noch. Mit der Tab-Taste kann ich aber nicht alles durchdrücken wollen. So wie es mal bei Wing Commander war. Das bringt uns jetzt nicht mehr so viel. Ah, mit der Leertaste. Alles klar. Okay. Na gut. Das Ding sollen wir dann ja jetzt zerstören, ne? Machen wir das nochmal. Es scheint so, als ob der Satellit durch eine alte Waffenplattform gesichert wurde. Schieß beides ab. Den Satellit und die Plattform. Und lass dich dabei bloß nicht abschießen, Kairo. Das war nicht schlecht. Hätte nicht gedacht, dass so viel explosiver Schrott in dem Feld herumfliegt. Hätte dir hier gern geholfen, aber mein Trainingsschiff hat leider keine Bewaffnung. Nun kommen wieder zu meinem Schiff und wir fliegen zurück zur Station. Moment, was ist das? Ich habe hier zwei Piraten auf dem Radar. Haha, macht euer Tester mit, ihr Führer. Jetzt geht's ab hier. Verdammt, Kairo, hilf mir, ich habe keine Waffen. Nächsten Gegner selektieren, mein Herr. Ja, und ich sehe gerade. Ich sage, wie wir hier so klappen. Von den Settings her. Das heißt, wir haben keinen Dugging gebrauchen. Was mache ich damit? Das müssen wir. Ich breche gleich auseinander. Ja, der ist erledigt. Weiter so, Kairo. Ich danke dir, Kairo. Allein hätte ich nicht viel gegen die Piraten tun können. Lass uns zu der Handelsstation zurückkehren. Ich markiere uns einen Wegpunkt. Folge mir. Komm, wir schießen noch so ein paar Minenfeuer weg. Wegpunkt. Ja, dann kommen wir da mal hin. Und hier konnte man auch mal diese Kamera so verstellen, ne? Dann konnte man irgendwie so spielen, ne? Ja, mit der 4. Aha. Jetzt kommen wir hier Cockpit. Und Dachkamera. Und dann sieht man das Ding vorsichtig auch fliegen hier. Ja. Schicke Sache, das. Ja. Jetzt gibt's Krollhack, okay. Okay. Gierteranischer Frachter, halte Position. Wie du gesehen hast, kann ein guter Kampfpilot mit Piraten reichlich Kopfgeld verdienen. Zum Landen musst du die Handelsstation anfunken und nach einer Landeerlaubnis fragen. Zuerst musst du die Station anwählen, dann kannst du mit der Kommunikationstaste K oder dem Kommunikationsbutton im Cockpit einen Funkkanal öffnen und nach der Landeerlaubnis fragen. Ach, wie war das denn noch? Ich bin dumm blau, ne? Ach, mit X kann ich mich so drehen, aber irgendwie nur einmal 90 Grad oder? Erbitte Genehmigung zum Einflug in die Ladezone. Okay. Aber er geht nicht weiter in die andere Richtung mit X. Keine Ahnung, was das soll. Ja, was ist jetzt die Kommunikationstaste? Wir haben da unten noch was, ne? Hier ist die Handelsstation. Wie kann ich Ihnen helfen? Folge der Anflugmarkierung und fliege in die Hangarschleuse. Und versuch dabei niemanden zu rammen. Oh, später gibt es auch wieder so viele Anflugierungen. Dafür konnte man dann irgendetwas einsammeln. Oder nachrüsten an dem Schiff. Vielleicht geht das ja sogar schon. Ja, Landecomputer. Haben wir aber noch nicht genug Monaten dafür. Das kommt dann später. Das ist aber halt auch nicht so wichtig. So. Ja, pfft. Nein. Terminal. So. Fortgeschrittener Kampf. Ja, dann auf geht's. Machen wir das auch gleich noch mit. Schaffen wir zeitlich noch. DG Voodoo mit vierfachen LSA. Hallo Chiron, ich bin es Achim. Flieg einfach auf die drei zu und puste sie aus dem Weltraum. Aber lass dich dabei nicht klein kriegen. Zusätzlich zu deiner Auftragsbelohnung bekommst du von der Regierung für jeden abgeschossenen Piraten eine Kopfgeldprämie. Gehen wir jetzt auf Piratenjagd. Malone auf. Im Kampf ist es manchmal hilfreich, die Gegner schnell auszuwählen. Mit der R-Taste wählst du den Gegner aus, der dir am nächsten ist. Und pass auf deinen Rumpfzustand rechts oben auf. Viel Glück da draußen. Ich sag doch, lass uns von hier verschwinden. Zu klauen gibt's hier nichts. Und früher oder später jagen die uns irgendwelche Kopfgeldjäger auf den Hals. Wir könnten doch wenigstens ein paar Container abstauben, bevor wir in den Hyperraum verschwinden. Damit könnten wir uns dann in eine richtige Gang reinkaufen und müssten uns nicht mehr so durchschlagen. Oh Mist, da kommt schon der Erste, der sich eine Belohnung verdienen will. Ja komm, ziehen wir den Weg hier. Du bist leichte Beute. Ich halte nicht mehr viel aus. Ich bin getraut! Ich bin tier, Peuge! Okay, das war klasse. Deine Belohnung wird dir in diesem Moment überwiesen. Auf der Handelsstation am Terminal warten bereits weitere Aufträge auf dich. Boom, Baby! Ein Ratschlag noch, Junge. Die Kämpfe werden nicht immer so leicht sein. Du musst auch lernen, die verschiedenen Manöver wie Nachbrenner, Rückwärtsschub und Seitwärtsbewegung richtig einzusetzen. Ich hab dir dazu eine persönliche Mail geschickt. Schau bei Gelegenheit mal ins Logbuch. Danke für den Tipp, Arim. Verdammt, Kairon, da kommen noch mehr Piraten. Wehre dich und erledige diese Banditen, bevor sie dich erledigen. Na ja, klar, dass da noch was nachkommt. Gleich hat ich dich! Schilde sind runter! Er klemmt an mir! Er hat mich! Und wieder in die Wasserschale. Wow, das ist gerade noch mal gut gegangen. Komm wieder zur Station. Sobald du auf der Handelsstation landest, wird dein Schiff automatisch und kostenlos repariert. Jetzt hätten die mir gerade so viel anhaben können. Hm. Das wird später, aber auf jeden Fall noch schwieriger. So viel steht für erst. Hier ist die Handelsstation. Landeerlaubnis wurde erteilt. Okay. Wir haben ja mega gut gelandet hier. Ja los, den nächsten nehmen wir auch noch mit. Das schaffen wir noch. Hey, Kairon. Das ist dein erster richtiger Auftrag mit deinem neuen Schiff. Gratuliere. Aktuelle Aufträge werden immer in dein Logbuch eingetragen. Wenn du mal was vergisst, kannst du dort nachschauen. Dann würde ich zu ihm hinfliegen wahrscheinlich. Den Container, den du transportieren sollst, habe ich hinter die Station legen lassen. Ich fliege voraus. Folge mir. Am besten du öffnest die Targetliste und wählst dort den Container an. Ja, mit der Taste M können wir uns der Geschwindigkeit von dem Target anpassen. Damit er in deinem Zielcomputer unten links auftaucht. Trotz des Nahtbrenners zum Annähern, lasst du das wieder automatisch an. Bin kriegst du heit. Kairon, wähle jetzt den Container in der Targetliste an, damit er in deinem Zielcomputer unten links auftaucht. Okay. Nähere dich jetzt der Fracht auf 0,0 Units und halte sie dabei schön im Sichtbereich. Aber nicht den Container rammen. Die Dinger sind empfindlich. Sehr gut. Nun kannst du mit dem Button rechts im Cockpit eine Frachtdrohne aussetzen, die den Container für dich transportiert. Es gibt unterschiedliche Containergrößen. Je besser dein Frachtcomputer ist, desto mehr Drohnen und größere Container kann er steuern. Die Drohne ist nun unterwegs zum Container und du brauchst dich nicht weiter, um sie zu kümmern. Sobald sie an den Container angekoppelt hat, folgt sie dir und begibt sich in den Leitstrahl deines Schiffs. Dadurch wird dein Schiff deutlich träger. Die Fracht soll in ein anderes System, also musst du nun deinen ersten Hyper-Raumsprung durchführen. Dazu benötigst du etwas Abstand zu größeren Objekten. Ich markiere dir einen Wegpunkt. Fliege mit deinem Container dorthin. Für jeden Hyper-Raumsprung benötigst du ein Zielsystem. Öffne dazu die Navigationskarte mit dem Button im Cockpit. Dies ist die Navigationskarte. Hier sind alle Sonnensysteme verzeichnet, die dein Bordcomputer kennt. Bewege den Mauszeiger über ein System um... In Ordnung, das Ziel ist nun markiert. Entferne dich nun von allen Raumobjekten, damit du den Hyper-Raumsprung durchführen kannst. Sobald du weit genug von allem entfernt bist... Sobald du weit genug von allem entfernt bist... Hallo Kairon, hier ist Arim. Ich wollte dich nochmal außerhalb des Pencar-Systems treffen, um sicherzugehen, dass uns niemand belauscht. Um was geht es denn? Nicht hier. Ich übermittle dir den Schlüssel zu einem neuen System für deine Datenbank. Triff mich im U-System, sobald du hier alles erledigt hast. Ich werde dort auf dich warten. Hm. Okay. Ist dann noch eine Story-Mission. Ja, gut. Handelsstation an Darkstar 1. Da sind sie ja. Wir haben schon gewartet. Fliegen Sie mit dem Container bis auf 1,5 Units an die Handelsstation heran und fragen Sie dann nach Landeerlaubnis. Alles klar? Dann bis gleich. Moment. Klar wie Klausbrühe. Was ist denn das? Ich hab ja auf meinem Radar... Verdammt, passen Sie auf! Da hat es jemand auf Sie abgesehen. Werfen Sie sofort den Container ab und kämpfen Sie! Viel Glück. Das machen wir bei der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut oder besser. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020